Steifenstein, wie wärs mit ein bisschen Zerstreuung jetzt? Majestät, ich glaube da haben wir genau das Richtige. Weihnachtsmusik? Jawohl, eine Band mit dem besinnlichen Namen Alkbottl. Na alles dann! Wann am 24. ist, du gehst grad dreimal pumpet. Du kriegst dann jeden Scheißdreck, du kriegst auch jedes Kumpet. Du bist so am Hörding oben, ja, da muss ich fleißig haken. Du kriegst dann jede Band gut. Sehle, puft, zu packen, ja. Woah, ich bin das Geischkind. Woah, das bin ich. Woah, ich bin das Geischkind. Woah, ich bin das Geischkind. Aus, 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 aus. Seifenstein, das ist ja das Antichristkind. Schauen Sie, was die weiterkommen. Die brauchen alle einen Exorzisten. So befehlen wir jetzt nicht. Haben wir denn heute gar nix, nichts weihnachtliches Seifenstein.